Musik Wir haben schon Donnerstag und jetzt gerade ist es auch schon, ich glaube 16 Uhr mittlerweile. Heute Morgen war es wieder ziemlich bewölkt, jetzt ist es auch noch recht bewölkt, aber die Sonne hat sich so langsam blicken lassen. Warm ist es trotzdem, ich kann hier immer noch schön gemütlich in meinem Jamstreet rumlaufen. Trotzdem habe ich den Vormittag erstmal wieder nur mit Vlogschneiden verbracht und auch so ein bisschen im Airbnb sauber gemacht. Also auch hauptsächlich mein Zeug mal ein bisschen weggeräumt und ja, so angefangen ans Packen zu denken. Am Sonntag geht es ja für mich weiter nach Sydney und ja, jetzt habe ich mich aber trotzdem noch dazu entschieden, heute nochmal loszuziehen und bin gerade auf dem Weg nach Harrison Island. Das ist eben eine Insel zwischen den beiden Ufern, also vom Swan River, einfach von der einen auf die andere Seite an der Insel. Und hier ist sie auch schon, also bin ich jetzt hingelaufen von meinem Airbnb aus, weil ein ganz schönes Stück. Ich denke, ich werde auch mit der Bahn zurückfahren, sonst wird mir das ein bisschen zu weit heute. Aber ja, also ich war jetzt glaube ich auch gut eineinhalb Stunden unterwegs. Ich habe aber gelesen, dass es dort Stadtkängurus geben soll. Fünf Stück leben dort wohl. Und weil ich den Teil von Perth sowieso noch gar nicht erkundigt hatte. Ich hoffe, ihr könnt mich verstehen, es ist super windig gerade. Ja, dachte ich mir, ziehe ich heute einfach nochmal los und werde jetzt drüber mal auf die Insel huschen und schauen, ob ich da ein Känguru entdecken kann. Wenn ja, dann werde ich euch das vermutlich sowieso zeigen. Ich bin gespannt, ja, hier ist jetzt auch nochmal so was Restaurantmäßiges am Ufer hier. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr schön aus. Und ich schaue jetzt mal, wie ich auf die Insel zurückkomme. Also ich habe auf jeden Fall keine Stadtkängurus gesehen. Und war auch irgendwie, ja, gemein nicht so viel dort zu sehen. Dann ist es gerade auch auf jeden Fall wieder richtig rausgekommen. Also es ist sehr, sehr warm gerade wieder. Ähm, ja, auf jeden Fall habe ich leider keine Kängurus gesehen. Und deswegen war ich da einfach nicht wirklich was. Bis dahin habe ich dort total gefühlt, weil es dann auch die Zähne ist so gut zu sehen. Vielleicht bei euch auch einfach an den falschen Stellen. Ich weiß es nicht. Leider kann die Kamera das gar nicht so schön einfangen, wie es tatsächlich ist. Aber wir haben hier gerade einen wunderschönen Sonnenuntergang. So, nicht wundern, ich komme gerade vor dem Trainieren. Aber ich dachte, ich zeige euch mal, was ich mir heute zum Abendessen mache. Beziehungsweise was ich hier allgemein sehr, sehr gerne gegessen habe. Und zwar einmal eine Sache, die ich auch daheim super gerne esse. Und zwar Ofenkartoffeln. Huch. Da habe ich mir jetzt einfach ordentlich Kartoffeln in Scheiben geschnitten. Und ja, dann auf ein Backblech. Also nach ungefähr 10 Minuten drehe ich die dann immer um. Und dann kommen die nochmal für 10 bis 15 Minuten auf die andere Seite rein. Dann habe ich mir hier zwei Eier, die ich mir gerade koche. Und dann werde ich mir jetzt hier noch einiges an Rohkost schneiden, was ich jetzt hier noch habe. Also das ist auch nur noch das, was ich jetzt über habe. Und genau, also hier einfach Karotten, Tomaten, Paprika. Und dazu gibt es Hummus. Ich habe mich hier wieder in Hummus verliebt. Das ist, glaube ich, die vierte Packung Hummus, die ich hier gekauft habe. Was ihr unbedingt probieren müsst, ist es, diese Ofenkartoffeln mal in Hummus zu dippen. Geil. Einfach nur geil. Es schmeckt wirklich mega, mega gut. Probiert es unbedingt mal aus. Normalerweise lasst ihr ein bisschen mehr Platz zwischen den Kartoffeln spalten. Aber ich habe jetzt einfach ein bisschen zu viele Kartoffeln für dieses Blech gemacht. Also muss es auch so geben. Und die Teile kommen jetzt wieder rein in den Ofen. Die zwei Eier sind jetzt auch fertig. Und werden jetzt erstmal abgekühlt. 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 Und so sieht jetzt mein Abendessen aus, also meine zwei Eier, hier mein Hummus, wie gesagt, der wird lieber mal mitgenommen für den Nachschlag, meine Rohkostplatte und meine Kartoffeln. Probiert das mit dem Hummus aus, macht das wirklich, es ist geil. Ich bin gerade hier auf der Terrasse, hab ein Vogelnässe auf dem Kopf, aber ja, ich hab heute noch nicht gevloggt und ich werd nachher auch nicht mehr großartig vloggen. Ich hab mich heute Morgen erstmal wieder ins Vlogschneiden gesetzt, dann war ich kurz dort hinten auf der anderen Straßenseite und also hier in Maylands direkt mir halt und hab mich da nochmal ein bisschen in der Stadt rumgeschaut, was ich da so an Cafés finde und ja, weil ich möchte am Samstag oder am Sonntag eventuell, muss ich mal schauen, auf jeden Fall mal hier eine Acai Bowl holen oder Acai Bowl, wie auch immer man das nennen möchte. Und ich möchte die eigentlich gerne am Elizabeth Key essen, weil ich dort ja auch am ersten Tag war und um das nochmal so schön hier abzuschließen, ich fliege ja am Sonntag zurück, also Sonntagnacht auf Montagmorgen fliege ich nach Sydney und ja, da dachte ich mir einfach als schönen Abschluss, dass ich mir nochmal was Leckeres zu essen hole und das am Elizabeth Key dann essen werde und deswegen hab ich mich vorhin mal umgeschaut, was ich hier so finden kann. Ich denke, aber ich werd das wirklich erst in der Stadt mir dann holen und dann so mitnehmen und halt dann dort essen. Was ich mir aber noch im Supermarkt geholt habe, sind Tim Tams. Ich hab's jetzt hier grad schon mal aufgemacht, aber ich werd jetzt mal meinen ersten Tim Tam mit euch probieren. Das ist ja diese typisch australische Süßigkeit. Also ich glaub, das ist eigentlich nur ein Keks, oder? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht so genau. Ich weiß, dass es da auch diese Sache gibt, mit dem man beißt beide Ecken ab und trinkt dann da Milch dadurch. Zum einen hab ich nur Mandelmilch hier und ich weiß nicht, ob das dann so geil ist und zum anderen möchte ich jetzt erstmal das Teil an sich probieren. Also so sehen die aus. Ich hab jetzt hier mal die Originalen genommen. Es gab so viele Sorten und dann konnte ich mich nicht entscheiden und dann hab ich gedacht, okay, probierst du erstmal die Originalen. Also erstmal Schokolade halt. Schmeckt auf jeden Fall gut, aber ich weiß nicht, ist jetzt nichts so Besonderes irgendwie. Vielleicht muss ich wirklich mal das mit dem Milch da durchtrinken probieren. Ansonsten. Ja, schmeckt gut, aber ist halt jetzt nichts so Krasses. Also dafür, dass es so gehypt wird, weiß ich nicht. Aber ist auf jeden Fall lecker. Und so sieht es dann aus, wenn man abreisen wird und noch sein Essen aufbrauchen muss. Also ich hab jetzt hier meine restliche Melone, die hab ich mir gekauft, hab ich euch glaub ich gar nicht gezeigt. Die ist jetzt hier noch drin. Ananas ist hier noch drin. Mein Joghurt hier, der kommt jetzt auch noch da komplett rein. Also ich werd das, glaub ich, einfach hier rauslöffeln. Und mein Granola. Das ist eine ganze Schüssel voll davon. Das ist das hier. Weiß ich auch nicht, ob ich es euch gezeigt hab. Aber ich hab davon ja schon die erste Sorte probiert und die war mega lecker. Und die hier ist auch richtig, richtig gut. Vor allem mit der Kokosnuss mit drin. Ist total lecker. Aber ja, gibt es halt mal eine Schüssel Granola für mich heute Abend. Also ich werd davon noch ein bisschen was da drüber streuen und den Rest pur essen. Ich weiß nicht, ob ich die Einzige bin, die sowas pur isst. Aber ich find's irgendwie geil. Wir haben Samstagabend und somit ist das mein letzter Abend hier in Perth. Und das müssen wir natürlich gebührend abschließen. Und wie könnte man das besser machen, als mit einem Ben & Cherries. Hier hab ich mir die weitere Sorte gegönnt, die ich hier unbedingt probieren wollte. Brownie Bettercore. Chocolate in Vanilla Ice Cream with Fudge Brownies and a Fudge Bettercore. Ich bin mega gespannt, wie es schmeckt. Ich hab meinen Löffel vergessen. Falls ihr euch wundert, warum ich eine lange Jogginghose anhabe. Heute war es ziemlich, ziemlich windig. Und deswegen hab ich mir vorhin am Abend eine Jogginghose angezogen. Man kann den Chor wie immer schon erkennen und es sieht mega aus. Hier nochmal die Sorte. Ich bin gespannt. Also ich muss jetzt auf jeden Fall erstmal den Chor hier probieren. Er hat irgendwie so einen komischen Eigengeschmack, den ich nicht definieren kann. Ich glaub, dieser Chor erinnert mich einfach tatsächlich an so eine fette Schokosoße, die so übers Eis gehauen wird. Ich weiß gar nicht. Ich will nicht den ganzen Chor essen, weil der geht meistens nicht ganz unten bis zum Becher. Ich will ein Stückchen. Hm. Ich muss ehrlich sagen, aufgrund dieses Bildes hier, hab ich mir auf jeden Fall mehr von der Sorte erhofft. Vielleicht kommen da jetzt noch ganz viele Stückchen, was ich so ein bisschen hoffe, aber leider auch bezweifle. Mal sehen. Bis jetzt bin ich eher enttäuscht von der Sorte. Ich werde... Schmeckt natürlich trotzdem gut, aber ich bin halt so voll der Stückchen Fan. So, für mich hat jetzt der letzte Tag hier angebrochen, beziehungsweise die letzten Stunden. Ich fliege heute Abend um 11 Uhr nach Sydney und werde dort dann um 6 Uhr morgens ankommen. Ich kriege nochmal 3 Stunden Zeitverschiebung dazu. Also hab dann 10 Stunden Zeitverschiebung nach Deutschland. Und ja, ich bin aber auf jeden Fall super gespannt, wie Sydney wird. Wir haben jetzt hier heute nochmal 30 Grad. Werde ich auf jeden Fall auch nochmal nutzen, um mich ein bisschen zu bräunen. Denn ich habe auch schon gesehen, dass das Wetter, wenn ich nach Sydney komme, nicht ganz so toll sein soll. Ich werde dann natürlich auch dort das Beste draus machen, wenn es regnen sollte. Also ja, es gibt trotzdem immer was zu sehen. Man kann bestimmt auch einige Sachen machen, wenn es regnet. Und ja, bin ich auf jeden Fall super gespannt, wie es wird. Ja, jetzt wird erstmal noch hier die Sonne ein bisschen genossen. Und meinen Koffer habe ich gestern schon gepackt. Soweit. Jetzt werden nur noch die Reste fertig gemacht. Und nachher werde ich dann noch ein letztes Mal hier in die Stadt reinfahren. Mein Flug geht ja erst ziemlich spät. Und deswegen habe ich hier auf jeden Fall noch ein bisschen Zeit, um das alles nochmal zu genießen und zu verabschieden. Ja.